Willkommen zu einem kleinen Umbauvideo eines Herpa VW T6 Busses zu einem K-System Fahrzeug und wie ihr seht in dem Fall mit Wandlackierung und dann würde ich sagen starten wir doch gleich mal. Für dieses Modell habe ich mir am Computer ein Fahrgestell designt, was ich mit meinem Resin-Harz-Drucker ausgedruckt habe, wo schon alle Ausschnitte drin sind für Motor, Ladebuchse, Schalter, noch ein Riedkontakt, um das Fahrzeug komplett stromlos zu schalten und noch eine Updatebuchse für den Carduino-Decoder. Aber ihr kennt es ja sicher, zunächst muss erstmal das Herpa Grundmodell geöffnet werden und das geht eigentlich immer über den Kühlergrill, indem man den herauszieht. Ihr seht schon, die zwei Stecknasen sind in dem Fall im Modell geblieben, weil die so fest verankert waren, da konnte ich das Ganze nicht entfernen, ohne dass sie abgebrochen sind. Genau, und hier im nächsten Bild sieht man die ganzen Einzelteile, wobei sich das bei dem Fahrzeug sehr in Grenzen hält. So, dann nochmal zum 3D-gedruckten Fahrgestell. Dort muss die Lagerung für die Hinterachse noch mit einem 1mm Bohrer aufgebohrt werden, auf die richtige Größe. Danach habe ich das originale Untergestell etwas angeschliffen, mein Fahrgestell draufgesetzt, die ganzen Aussparungen aufgezeichnet und anschließend muss das natürlich auch dort weggefräst werden. Und hier sieht man jetzt die ganzen Ausschnitte. Somit ist das 3D-gedruckte Fahrgestell bereit, auf den vorhandenen Unterboden draufgeklebt zu werden. In dem Fall habe ich Stabilit dafür verwendet. Dann zur Frage, wie befestige ich das Gehäuse auf dem Fahrgestell. Und das löse ich in dem Fall durch Magneten vorn und hinten. Und hinten ist im originalen Untergestell sogar schon ein Ausschnitt, wo witzigerweise schon ein Magnet reinpasst. Hier sieht man jetzt schon den Einbau einiger Komponenten, den Schalter, den Read-Kontakt und der Update-Buchse. Als nächstes habe ich mich dann um die Vorderachse gekümmert. Dafür muss dann noch ein Teil vom originalen Unterboden ausgefräst werden. Auch vorne muss noch etwas mehr Platz geschaffen werden. Und dann habe ich die schmale Pkw-Achse verbaut. Aber zwischen Achse und Reifen doch noch zur Verbreiterung jeweils Plastik in der Stärke von einem halben Millimeter gesetzt. Es gibt zwar auch die breite Achse für Sprinter und weitere Fahrzeuge, aber die wäre in dem Fall dann zu breit gewesen. Die Innenseite habe ich noch mit schwarzer Farbe angemalt. Das hat den Grund, da ich ja eine Innenbeleuchtung einbaue und durch das weiße Plastik scheint natürlich wunderbar das Licht durch. Das passiert mit schwarzer Farbe dann eben nicht mehr. Auch den Lichtkörper für die Frontscheinwerfer habe ich unten mit schwarzer Farbe bemalt. Auf der Seite, wo sie eben auch ans Plastik geklebt werden, weil das da dann auch sonst leuchten würde. Dann habe ich in dem Fall die Rückleuchten und die Blinker angeklebt. So wie vorne auch Scheinwerfer und Blinker und erst danach die Kontakte verzinnt und mit Kupferlackdraht verlötet. Ein Motor musste natürlich für den Antrieb auch eingebaut werden. In dem Fall ist es ein Motor mit angeflanschtem Planetengetriebe mit der Übersetzung 1 zu 5. Das Ganze geht auf eine Schnecke und dann noch auf ein Zahnrad für eine schöne Übersetzung. Die Fensterscheiben habe ich auch noch gekürzt, um hinten raus einfach noch Platz für den Akku zu schaffen. Genauso das Innenleben mit den Sitzen hier und dem Armaturenbrett. Dort musste einiges weggenommen werden. Und zum Schluss habe ich auch die ganzen Sitzflächen weggenommen, um einfach Platz zu schaffen, damit das Modell später auch wieder zugeht. Zu sehen ist es später dann aber nicht mehr. Wir haben natürlich einen Fahrer und auf der linken Seite noch den Infrarot-Empfänger, der fast aussieht wie die Sitzfläche an sich. Der Zeitpunkt, um dann meinen Caluino-Decoder einzubauen, kam dann auch schon. Ja, Stromversorgung wurde angeschlossen. Und zwar geht der Akku an den normalen Schalter und in Reihe ist dann auch der Riedkontakt geschaltet, um das ganze Fahrzeug eben auch auf der Straße stromlos schalten zu können. Mit allem zum Beispiel Servo und Magnet vorne dran. Und für die Abstandsstörung haben wir natürlich vorne den Fototransistor verbaut und hinten zwei Infrarot-LEDs. Die normalen LEDs habe ich mit Kupferlack-Draht angeschlossen, ein bisschen geordnet nach hinten geführt und dann die gemeinsame Masse verbunden. Und somit wäre das alles bereit für den Anschluss am Decoder. So, hier ist jetzt schon bereits alles angeschlossen. Ich habe die Frontscheibe eingeklebt, auch das Armaturenbrett mit den Sitzen. Oben im Dach ist der Akku verbaut, der hat 230 mAh. Und natürlich muss man gut schauen, wo die Kabel hingehen und nicht zu hoch aufbauen, sonst kriegt man zum Schluss das Fahrzeug gar nicht mehr zu. Aber in dem Fall ist es gelungen. Und jetzt geht es natürlich nur noch dran, die letzten Anbauteile dran zu kleben, wie den Kühlergrill und auch die Außenspiegel. So, damit ist der Umbau auch schon abgeschlossen. Ihr seht jetzt hier nochmal drei Bilder von allen Seiten des Modells. Und demnächst wird definitiv auch noch ein Fahrvideo kommen. Und ihr wisst ja, ich freue mich immer über Bewertungen und Kommentare. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.